Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber Peter Blum. Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Heute möchte ich Sie ins gute alte Kaufhaus entführen. Wenn Sie heute im Kaufhaus zwischen mehreren internationalen Restaurants wählen können. Wenn Sie Wein-Events, Oster- oder Weihnachtsmärkte oder sogar Modenschauen besuchen können. Wenn Ihnen Waren so ästhetisch wie Skulpturen präsentiert werden, Ist Ihnen dann bewusst, dass dahinter der Amerikaner Harry Gordon Selfridge steckt? Er hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seinem legendären Londoner Kaufhaus Selfridges nicht nur das erfunden, was wir heute Erlebniseinkauf nennen, sondern auch den berühmten Satz geprägt, der Kunde hat immer recht. Vor Selfridge, da war Einkaufen eine mehr oder weniger lästige Pflicht. Man erledigte, was erledigt werden musste. Erst Selfridge kam auf die geniale Idee, Shopping zum Vergnügen zu machen. Bei einer Reise nach London, da war ihm aufgefallen, dass es dort keine so großen Kaufhäuser wie in Chicago oder Paris gab. Wie konnte das sein? In einer Millionenstadt und einer der führenden Wirtschaftsmetropolen der Welt? Selfridge investierte 400.000 Pfund und schuf im eigentlich wenig attraktiven Westen der Oxford Street das spektakulärste Kaufhaus, das die Welt je gesehen hatte. Seine Idee? Die Kunden sollten Selfridges, so wie er das Kaufhaus nannte, nicht nur zum Einkaufen besuchen, sondern in erster Linie wegen der Attraktion, die dort geboten wurden. 1909, da stellte Selfridge das Flugzeug des Luftfahrtpioniers Louis Blériot im Erdgeschoss seines Kaufhauses aus. Blériot war der erste Pilot, der den Ärmelkanal überflogen hatte. Tausende kamen und bildeten eine Schlange bis fast zum Oxford Circus. Selfridge organisierte Theateraufführungen und stellte kostbare Diamanten aus. Die Kunden, die konnten elegante, aber auch bezahlbare Restaurants besuchen, sich in der Bibliothek des Kaufhauses entspannen oder in einem Sanitätsraum kleine Wehwehchen behandeln lassen. Und auf dem Dach, da lockten terrassierte Gärten, Cafés und sogar ein Minigolfkurs. Die opulent dekorierten Schaufenster von Selfridges, die waren Kunstwerke für sich. Harry Gordon Selfridge hatte vor über 100 Jahren sein Kaufhaus so radikal nach dem Prinzip der Kundenorientiertheit ausgerichtet, dass sich daran selbst noch heute viele Unternehmen ein Vorbild nehmen könnten. Selfridge hatte auch erkannt, dass sich Bedürfnisse ändern und der Handel sich weiterentwickeln muss. Wer seine Kunden aus den Augen verliert, büßt Mehrwert ein. Die spektakulären Kaufhauspleiten der letzten Jahre, die sprechen für sich. Und als ich die Geschichte von Harry Gordon Selfridge gehört habe, da kam mir folgender Gedanke. Wäre es nicht großartig, wenn auch das Controlling in jedem Unternehmen so kompromisslos kundenorientiert denken würde wie Harry Gordon Selfridge? Doch leider erlebe ich es immer wieder, dass Controllerinnen und Controller die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Berichtsempfänger zu wenig im Blick haben oder manchmal auch ganz aus den Augen verlieren. Anders gesagt, sie machen Reporting, Planung und Forecasting zu viel für sich selbst und zu wenig für den Nutzen des Managements. Sogar gute und geeignete Business Intelligence Software Tools sind aus diesem Grund schon nach wenigen Monaten in Unternehmen gescheitert, weil ihr Nutzen nicht für die Berichtsempfänger transparent wurde. Um diesen Fehler zu vermeiden, ist es für ein erfolgreiches Controlling aus meiner Sicht absolut wichtig, bei einem Business Intelligence Projekt alle relevanten Personen und Abteilungen systematisch mit einzubeziehen. Dieses Vorgehen hilft Ihnen auch, rechtzeitig zu erkennen, wenn die Anforderungen der Berichtsempfänger sich ändern. Und Sie Ihr Controlling neu justieren müssen. Und bitte denken Sie auch daran, das Controlling weiterzuentwickeln, heißt auch, die Software Tools im Unternehmen zu optimieren. Viele Controllerinnen und Controller, die scheuen sich aber, den aktuellen Status Quo ihrer Business Intelligence Systeme anzutasten. Aus meiner Sicht ein Fehler. Denn irgendwann werden Sie dann nur noch Informationen liefern können, die im Unternehmen niemand mehr benötigt, während wichtige, aktuelle Fragen unbeantwortet bleiben. Unterstützung von außen kann Ihnen natürlich helfen, Ihre Werkzeuge Werkzeuge auf die Zukunft auszurichten. Vielleicht holen Sie sich eine erfahrene Beratung ins Haus, um die Anforderungen des Managements klar herauszuarbeiten. Nutzen Sie eine externe Beratung, wie beispielsweise Advisio, aber auch als Sparringspartner, um Business Intelligence Tools nachhaltig in Ihrem Unternehmen zu verankern. Und last but not least, erhalten Sie durch eine externe Beratung auch die entscheidenden Hinweise, wie Sie Ihre Controlling Tools so flexibel gestalten, dass Sie auf veränderte Rahmenbedingungen schnell angepasst werden können. Halten Sie es mit Harry Gordon Selfridge. Auch im Controlling hat der Kunde beziehungsweise der Berichtsempfänger immer recht. Achten Sie darauf, welchen Nutzen Sie für andere stiften und denken Sie daran, wenn sich im Unternehmen nichts ändern würde, bräuchten wir auch kein Controlling. Es gehört vielmehr zu Ihren Kernaufgaben als Controllerin und Controller auf sich wandelnde Bedingungen schon rechtzeitig zu reagieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin exzellente Performance. Ihr Peter Blum KULTURL - KULTURL